oder moinzen zu den dieswöchigen vfb news wenn wir einiges zu besprechen mal gucken ob ich wieder alle links in die wiederbeschreibung bekomme sonst ja machen wir es halt wieder so wie immer und ich lasse halt die paar unwichtigeren quasi raus wenn ich irgendwo mal irgendwelche links oder sonst was fehlen dann einfach in den kommentaren schreiben genau wie gesagt jetzt wieder hier fünf vertritte heute am freitag im selben tag gibt es ja auch online logisch und newsstand ist so elf für halb zwölfe zwölf herum so um den dreh genau wir fangen an jetzt ist da gerade ja eine presserunde gegeben gehabt letzte woche hier am 26 februar steht hier dran nikola stübner von der bild ist es glaube ich hat da ein bisschen was geschrieben die weitergabe der mitglieder datei war rechtswidrig das hat uns die hat das hat uns ausbauen klark bestätigt sagt hitzesberger damit die zusammenarbeit mit zwei mitarbeitern gekündigt sind zwei personen die datei die teil der berichterstattung waren es geht um fischer und schraft also weitere leute quasi abgehakt von den listen die wir letzten wochen quasi auf twitter gesehen haben es gibt bei den weiteren mitarbeitern keine arbeitsrechtliche grundlage zusammen als zusammenarbeit zu beenden wir haben trotzdem viel mit mutschler darüber gesprochen und ich bleibe mit ihm im austausch jetzt mal gucken wie es da weitergeht hitzesberger meinte da auch noch quasi wir müssen uns festlegen wollen wir in fünf jahren mit den top klubs in der bundsliga konkurrieren oder wollen wir die sportlichen ambitionen herunterschrauben weil wir wirtschaftlich nicht mehr konkurrenzfähig sind hitzesberger nannte in diesem zusammenhang keine namen also zitat hier vom schuhmacher von schulern nachrichten doch dürfte auch so klar sein wie der meint den präsidenten den hervorstandschef offenbar als hindernis betrachtet worin genaue problematik liegt das bleibt auch weiter offen also die saga keine ahnung scheint immer noch nicht ganz beendet zu sein hier auch sehr sehr interessant laut kicker war die e mail mit hunderttausend datensätzen die nach in kraft treten der strengen dsg vo versendet wurde gelöscht bring schickte am 4.2 als beweis eine kopie erst durch weitere befragungen konnte der verstoß rekonstruiert werden und der twitter user das geschrieben hat schreibt dazu also ich nenne das blockieren so so einfach ist es auch das ganze dingen geglaubt knapp eine stunde habe ich auch noch mal verlinkt die pressekonferenz von hitzesberger bei vfb tv kann sich aber jeder kostenlos angucken dann hier auch die datenaffäre spielt bei heim und rückmann offenbar keine große rolle dazu wird sich allerdings erst nächste woche geäußert das hieß es am 26 jetzt haben wir schon nächste woche da kam bisher nichts zu mal gucken ob noch was kommt genau dann tobias kaufmann wird neuer kommunikationschef beim vfb bei der meldung kann es einfach belassen weil ich glaube der sagt uns recht wenig und mal gucken was er so macht so keine ahnung habe jetzt keine große ahnung von ihm in sachen seiner vergangenheit oder sonstigen jem öztemir soll den aufsichtsrat ja da haben glaube ich auch die meisten fans nichts dagegen genau bedenken ist natürlich immer von seiten von anderen leuten aus dem verein ich meine da ist wieder port mit drin aber ich glaube als vfb fern hat man da erstmal grundsätzlich nichts dagegen ist es bei gelobt missen tat und will ihn lange beim vf schickert halten es kam auch aus dieser presserunde raus gab es ein quasi zitat von wegen ja ich habe mit also von hitzesberger ich habe es wenn gesagt er soll gut arbeiten aber nicht so gut dass der bvb an ihm interessiert ist ihn zurückzuholen das hat er wohl falsch verstanden also ich glaube die die chemie stimmt da schon also ich da jetzt erstmal in nahe in näherer zukunft da erstmal wirklich tatsächlich keine gefahr dann hier zum steigen spiel noch so ein bisschen härter köln schalke an diesem leistungsabfall in der zweiten hälfte muss der vfb arbeiten das hatten wir doch in der hinrunde schon aber dazu auch dass man vermutlich vermutlich weil es war was am tag davor jetzt war am selben am selben tag hat dass man vermutlich trotzdem sieben punkte aus diesen spielen holt ist natürlich geil was man gesagt getan hat wahrscheinlich bekam dieser tweet noch während dem spiel dann auch zur sila szene noch zum elfmeter szene vermisst hat zitiert die der linienrichter muss es sehen der schiedsrichter muss es sehen der vr muss es sehen und ich glaube dazu gibt es nicht viel mehr zu sagen wenn man diese szene sieht desto mehr denkt man sich okay gut den muss man wirklich geben im stream hat man noch eine andere auffassung aber den muss man wirklich ehrlich geben dann auch sehr geil ali g welcome back also auch wunderschön sehen dass algaidu in ein paar 15 minuten bekommen hat gegen schalke dann die love story hier quasi als video auch sehr sehr geil kalajicic und kobe da so ein bisschen schnacken in den interviews nach dem spiel in der euphorie natürlich nach dem 5 zu 1 dann auch ein tweet dem ich hundert prozent zustimmen kann kreger kobe ist der kompletteste torwart dem wir seit ewigkeiten hatten geiler keeper geiler typ in riesen fällen hoffentlich bleibt noch lange im vfb das kann man nur so unterstreichen dann ja auch ein paar schöne screenshots zum thema mario gomez der darf sehr sehr gerne mal irgendwie eine rolle bei uns im verein bekommen wenn er denn das haben will kalajicic über gomez erstmal nach meiner verletzung hat er sich bei mir erkundigt wie es ausschaut nachdem ich geschrieben habe dass es ein kreuzbandriss ist hat er mir eine dreiminütige sprachnachricht geschickt das hat mir wirklich sehr sehr viel bedeutet das werde ich auch nie vergessen und deshalb schätze ich ihn auch so sehr dann sosa der hat mir schon mal die promenze sosa erzählt hier er textet dann ich liebe deinen linken fuß mir fehlt das zusammenspiel mit dir und das letzte stat müsste glaube ich von endo sein meine familie und vor allem mario gomez der mir oft mut zugesprochen hat haben mir dabei sehr geholfen mario hat mir übrigens nach dem hinspiel in mainz in dem ich ein tor eingeleitet habe geschrieben dass er mich jetzt nur noch in jester nennt weil ich diese aktion ganz in der manier des spanischen stars gemacht habe ich liebe mario sowohl mario fehlt mir also weil auf jeden fall ein gewinn für den vfb wenn du irgendwo eingebunden bekommst auch zum spiel was auch stimmt weil du hast gefühlt halt rasen wird doch erst im winter ausgetauscht danach ist gefühlt vier heimspiel oder sowas und dann muss man trotzdem sowas schreiben wie der rasen seine frechheit muss man muss ein hybrid rasen ja weil es einfach stimmt weil es einfach stimmt dieser rasen ist ein acker das ist ganz schlimm mal gucken ob wir da irgendwann mal besserung sehen das auch ein schöner tweet der mal nicht auf uns quasi direkt geht in seinen trainern sondern auf andere teams bayern lorzer favre groß drei trainern ist das auch mal anders naja da kennen wir im vfb eher andersrum dass wir jetzt mittlerweile schon auf trainer drei werden mitten im märz neben mark oliver kempf sollte man vielleicht auch mal gucken ob man bei kalajic und insbesondere mangala kempf vertrag läuft bis 2022 mangala und sasa bis 2023 eine vertragslaufzeit noch was machen kann der gemangala ist am kritischsten was die vertragssituation betrifft hat der twitter user recht sisa konzern ist noch mit 224 da ist jetzt erstmal noch nicht so viel handelsnot da quasi kalajic und sida ist auch interessanter geschrieben spielen auch unter ihren ersten zweiten bundesliga verträgen quasi das heißt da kann es gut sein dass man ein bisschen gehalt aufbessert was er hat er auch recht was gut möglich sein sollte im sommer da budgetfrei wird weil eben drei verträge auslaufen kastro wo ich doch schon chancen zurechnen dass er verlängert wird aber vor allem die davian badstuber mit dicken verträgen werden vermutlich nicht verlängert da hat er recht gebraucht das gerücht dass man kämpf sehr sehr gerne verlängern will darf man natürlich auch sehr sehr gerne machen logisch so weiter geht's kehl wird beim bvb nächstes jahr nachfolge von sorg damit wäre der posten für ein bisschen halt schon mal weg will er also nicht unbedingt leiter des lizenzspielabdagen in dortmund werden sind das gute nachrichten für vfb antwort darauf direkt dann irgendwie so ein englisches gerücht dass hier irgendwie keine ahnung wieder bvb trotzdem weiter müssen halt in der service aber die saga wird auch nicht enden damit es halt einfach diese bvb vergangenheit hat deswegen wird diese saga da auch einfach nicht enden ganz einfach hier davon ausgehen dass sich ja alles ausgleichen laufe an der saison müsste eigentlich in summe müssten eigentlich in summe noch mindestens zwei spiele komplett zu unseren kunsten vor pfiffen werden fand ich auch schön und hier ist auch geil um sieger zu sein benötigen wir noch drei punkte vielleicht reichen schon 32 punkte 34 wahrscheinlich ab dann geht es um bessere plätze und mehr geld bei befreitem aufspielen sportliche leitung kann man kann bald sicher planen augustus möglichst wenig heimspiele durchsetzen womöglich kostet uns der beschiss gegen leverkusen internationalen platz dazu kommen weitere bescheißereien muss mal gucken international auch wieder die andere frage will man das wenn man das nicht ihr wisst den spaß dann hier auch sehr 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 hohes lob vermissen hat an sosa er hat selber gesagt sein vorbild ist david beckham und ich kann nur sagen es ist auch die gleiche qualität es ist auch die gleiche qualität finde ich ja das ist vor allem auf seinen linken fuß bezogen wahrscheinlich wieder aber das ist schon sehr sehr hohes lob aber sosa muss man auch sagen der macht sich extrem der macht sich extrem kein wunder dass da die gerüchte zu bayern aufkamen so und dann hier auch sehr schön dass einer von denen die das potenzial haben später einmal die nummer eins zu werden sagte sagt der torportrainer schweizer nationalmannschaft kann ich mir auch sehr sehr gut vorstellen kubel hat noch kein länderspiel bei der schweiz scheinbar aber die chance dass er bei der em zumindest nominiert ist ist recht hoch und das kann man sich echt gut vorstellen nachdem da glaube ich ja bürgisch und offiziell raus ist und der sommer spielt oder andersrum einer von den beiden ist glaube ich quasi sowieso schon raus und keine lust mehr auf der nationalmannschaft deswegen kann ich mir vorstellen dass da auf jeden fall der gute kohl mal in zukunft die chance haben wird dann kaleitsch erste spur führt nach leipzig mal leipzig weiß nicht was diese scheiße soll ne erstes mangala gerücht dann hat kubel gerücht das kaleitsch gerücht aber quelle kommt von von sky die hat mir schon ein paar mal ja schon ein paar mal recht aber auch schon ein paar mal quatsch gelabert von wegen irgendwie kubel ist sicher bei der hertha oder sowas und gefühlt vier stunden später war er bei uns unter vertrag also ja alles erst mal nur gerüchte und das halt jetzt wirklich auch gefühlt die hälfte dieser mannschaft interessant ist für andere mannschaften war ja auch irgendwo klar was ich da auch den großen unterschied sehe je nachdem wie wir es am ende enden aber ganz vergleich mit dieser aufstiegssaison weil es auch eine aufstiegssaison ist die auch gut lief wo wir siebter wurde mit korkut am ende des sages egal wie jetzt hier zehnte elfter zwölfter doch siebter oder sechster sonst was werden der große unterschied ist damals wollte gefühlt ja vielleicht mal ein paar war oder so war interessant ein ginschiges lobe gegangen danach aber sonst wollte ja keiner spieler von uns haben so und jetzt hast du wirklich im kader wie sieben acht leute oder sowas die begehrt sind da merkst du den dicken dicken unterschied würde mir wünschen dass wenn wir den klassenhalt sicher haben auch noch ein paar junge andere jungs mal mehr bunsen minuten bekommen habe ich auch schon gesagt rede jetzt nicht davon mit der absoluten b-helf im bayern stil wettbewerbs zu betreiben sondern eher dass max sanko ecklauf etc jeweils halt mal start up spielen dürfen bis wir erfahrungs haben druck druckfrei bulli luft schnuppern tut ihm bestimmt gut und wäre auch ein wichtiges signal andere junge spieler das wäre sehr schön ist ja immer die frage wie weit die auch sind ne auch verletzungsmäßig bei eckluft und so weiter aber dass man natürlich noch 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 mehr junge wilde gerne sehen würde ist ja auch kein geheimnis beim vfb drei stufen konzept zur zuschauer rückkehr wurde vorgestellt hat man auch schon kurz wirklich nur kurz an ankratzen nur kurz nennen weil wer weiß wer weiß also irgendwann vielleicht mal wieder im stadion so aber der fußball sollte da recht recht ruhig agieren was da irgendwelche forderungen angeht vfp setzte nachwuchs auf kontinuität kirchhoff stößt dazu keine veränderung bei der u21 u19 und u17 ist jetzt schon klar wie es aber nicht so weitergeht da mit ganzen leuten also man kennt das typische der fahrenhorst u21 willig u19 und jetzt halt auch zum beispiel jan kirchhoff war ja früher bei mainz aktiv oder auch bei dem bayern club mal kurz und irgendwo in england ich glaube sunderland oder sowas da quasi ein ex ex profi das dazu stößt in die u15 als co trainer auch ganz interessant aber wollte ich auch mal nennen weil der nachwuchs ist ja auch nicht ganz so uninteressant bei uns dann hier eben auch noch mal über die geplante vertragsveränderung mit kämpf wir sind sehr zufrieden mit ihm und hoffen dass wir eine gemeinsame lösung finden er ist stammspieler aus dem mittleren alter davon haben wir nicht so viele als linksfüße und ein zweikampfmonster er macht das super kann nur zustimmen dann auch sehr interessant nach mini berichten zu folgen liegt diese ausstiegslause die unser trainer madarazzo ab 2023 hat bei 4,5 millionen euro das berichtet die sportbild genau weiter geht's missentat sport erwägt verkauft von top talenten im sommer ist auch klar kann ich ein bisschen durchlesen den instagram beitrag von swr sport es besteht für uns keine wirtschaftliche notwendigkeit zu verkaufen aber sinn machen würde ein transfer überschuss in der aktuellen zeit natürlich schon hat er ja auch recht über kalaite hat sich genau wie bonas usa eine gruppe gespielt die zunehmend im fokus steht und da auch silas mamakituka oder orel mangala angehören noch gibt es keine konkreten anfragen für diese jungs dafür ist es aber auch noch zu früh die jungs haben verträge und kleine klauseln wenn ein klub aus europas top 16 kommt wird es aber natürlich schwerer für uns genau muss man auch so sagen ja wirklich sehr sehr viele die sehr doch schon gefragt werden im sommer es wird schon eine interessante phase im sommer aber wie ich schon mal gesagt habe wir haben da glaube ich jungs oder aber leute im im verein die das klug genug händeln in sachen miss person am missentat und so weiter zum beispiel der ist klug genug händeln werden ich glaube kaum dass wir im sommer direkt fünf sechs leute los sind vielleicht wirst nicht verhindern können dass du ein oder so abgibst vielleicht auch zwei und dann wäre auch eine idee oder wäre wahrscheinlich nicht so verkehrt weil nächstes mal wird auch nicht 34 spiele lang volle hütte sein können 17 heimspiele 17 auswärtsspiele einnahmen wird nicht funktionieren wir stehen zwar glaube ich finanziell recht in ordnung da im vergleich zu anderen bundesligisten aber wenn du jetzt weil das ich einen gonzalez für 30 35 millionen verkaufst direkt einen ersatz holst oder das irgendwie bei dir direkt im team ersetzt dann wirst du halt nicht die vollen 35 millionen ausgeben sondern halt vielleicht 10 oder so oder 15 und auf den 20 sitzen bleiben deswegen mal gucken wie wir es im sommer machen aber kann mir gut vorstellen dass wir jetzt erstmal bisschen transfereinnahme plus machen werden berichtschöger in frankfurt ein bayrak da dran türkisches talent sieht nach offensive aus ja hier schreiben sie bei der eintritt sucht man für die rechte außenbahners pondor zum offensiv starken philip kostic kostet wohl 6 7 millionen euro oder sowas mal gucken frankfurt auch dran also schon mal eine harte konkurrenz aber mal wieder ein weiteres talent gerücht quasi bei bei uns kämpfe als castro bleibt wahrscheinlich auch zum thema seiner verlängerung die so wie da berichtet wird ist sie gefühlt schon durch also es ist ganz ganz wild aber gut dass man dass man castro auch noch mal so einen vertrag gibt in die richtung von ja sagst du halt noch mal ein jahres vertrag oder so kann ich mir gut vorstellen dass man sowas machen kann dann hier noch mal auch sehr interessant marco schumacher ist ja auch sehr sehr aktiv gewesen in sachen schreiben und auch sehr ja doch hat gute artikel geschrieben letzter zeit zum vfb über schulker nachrichten und so weiter zeitung hier auch ein paar zitate im tweet einzige was mir richtig interessant ist es quasi immerhin dass die ausgelauung rückgängig gemacht werden könnte erscheint ausgeschlossen der beschluss sei nicht mehr angreifbar haben dem vfb juristen bestätigt genau so also ist das thema auch schon mal abgehakt das fand ich ja das fand ich jetzt einen unsagbar geilen titel maultaschen statt macht kampf vfb passen geben essen ein bedürftiger außer erst mal klar die symbolpolitik wieder schön dass jetzt hier sich quasi vogten hits die tüte reichen wenn sie essen ausgegeben aber sowieso eine schöne aktion dass wir da jedes jahr wieder glaubt es ist eine jährliche sache hier uns als vfb in der vesperkirche in der vesperkirche engagieren kobe natürlich auch gerüchte um leipzig und dortmund weil die ja beide vielleicht so ein bisschen hin und her mit tausch also dort man will ja vielleicht kulashi haben dann wäre bei leipzig einer frei oder dort man kriegt doch nicht und braucht dann noch mal doch ein hat aber gesagt ich habe erst im sommer ein vier jahres vertrag unterschrieben ich bin ganz klar hier um mich weiter zu verbessern mit dem vfb das maximale zu erreichen blickt nicht so weit nach vorne also schon mal ja ganz solides dementi würde ich sagen dann eben hier auch noch mal gerüchte um gonzalez gerüchte um wabangiduka gerüchte um so sehr gerüchte um kobe gerüchte um kaleitsch gerüchte um mangala gerüchte um punkt punkt das wird ein sehr langer sommer bis zum ende transferphase aber so ist es halt üblich in der fußballbusiness muss man auch ganz ehrlich sagen christian riedmüller will für sitz im präsidium kandidieren auch eine gute idee habe ich nichts dagegen kann man ja wenn auch die meisten vfb fest sich dagegen haben weil er damals gegen kandidat zu klaus vox war auch schon eine wahl wo ja man mit beiden zufrieden sein konnte hat sich auch sehr gut eingebracht damit riedmüller auch seine meinung sehr oft sehr gut kundgetan in dieser phase aktuell gibt auch ein podcast folge wo er dabei ist jetzt bei beim pod kann statt zum ersten mal lächelt er wieder auf dem platz also eckloff ist zurück auf dem platz unser top talent mal gucken bei dem hat man sich ja sehr sehr viel auf der saison dann die verletzungen glauben kurzeinsatz gegen welt in berlin hat er glaube ich aber sonst auch noch nicht bundesicher gespielt dieses so und dann auch sehr geil dreck geholt gefühlt am mittwoch um 19.05 oder so gefühlt direkt geholt weil endo natürlich dann seinen verdienten inform bekommen hat seine zwei kisten und zwei vorlagen in fifa ultimate team ganz heißt auch am sonntag die quarantäne verlassen ist wieder zurück nach seiner behandlung in argentinien in seiner heimat mal gucken wie lange da dann noch braucht bin er wieder auf dem platz da auch mit den jungs aber vielleicht reicht es ja für das bayern spiel in zwei wochen ja so grob in zwei wochen vielleicht reicht es ja für das bayern spiel wer weiß aber auch da lieber vorsichtiger als irgendwie volle karacho musst du ja auch nicht weil du erstens in der tabelle recht gut gesichert bist zweitens einen top ersatz hast mit sasa aktuell wisst ihr nicht wie du den da perfekt raus rotieren willst vermutlich packst du dann mit ganz alles er auch noch mal auf die zehn quasi neben neben castro und es kalt ist vorne drin mal gucken wie man es da machen würde was ich auch sehr cool fand keeper kubel verrät profis hören ferngesang in der kabine fand ich sehr sehr geil es fühle sich nach wie vor traurig an regelmäßig in leeres stadion einzulaufen bin an der es liebt für 60.000 zu spielen ist das mega gefühl das nur schwer zu beschreiben ist nichts ersetzt ein fußballspiel mit fans auch wieder eine sehr sehr schöne sehr schöne message sehr sehr schöne aussage von kubel freut einfach ein als fernfreut man sich sowas zu lesen ganz einfach weil so soll es sein dann nächster interessanten für silas nachdem diese sorry aber diese bullshit gerüchte um everton und fullhelm kam also tut mir leid das ist ja lächerlich vor allem fullhelm also tut mir leid jetzt anscheinend auch ac mailand interessiert hier sprechen alle immer noch von ab 30 millionen gesprächsbereit ja ab 30 millionen darfst darf nicht gerne gesprächsbereit sein nämlich mit dem satz wir wollen gerne 60 oder wir wollen gerne 50 wenn das mit gesprächsbereit gemeint ist bei gonzalez ganze für 30 35 glaube ich ziehen lassen das ist in ordnung aber gerade bei dem silas hype gerade und bei dem ewig langen vertrag und sei es auch der ewig lange vertrag die brauche wenn du es nicht musst dann brauchst du die beiden nicht für 30 millionen abzugeben aber sie das ist für mich dann noch mal mehr kohle train als diese 30 millionen dann auch sehr schön wäre natürlich eine sehr sehr geile aktion habe ich auch schon mal davon gesprochen hier dass ich vielleicht mal wieder ein vfb profi haben der in der deutschen nationalmannschaft einen platz haben könnte nämlich laut bild oder hier jetzt laut sport.de weil es bild plus beitrag ist habe ich den hier genommen will jogi löw oder lässt jogi löw scheinbar waldemar anton wie gesagt habe ich schon angesprochen waldemar anton beobachten wäre natürlich sehr sehr geil wenn der effekt auch irgendwie dann doch als überraschung mit zu em dürfte wäre es natürlich sehr sehr schön und zum abschluss noch mich selber nicht reingezogen aber für die die es interessiert thomas hitzberger zwischen datenaffäre und nachhaltiger klubführung gibt einen podcast von football for future 52 minuten lang hier das ding den benjamin atrion mit thomas hitzberger hält genau und dann war es das mit den news erst mal wieder wieder recht viel recht lang aber für den podcast glaube ich immer noch in ordnung mal gucken wie gesagt habe ich alle news quellen und sowas in die video beschreibung reingequetscht bekomme oder nicht und dann würde ich sagen bedanke mich fürs zuschauen morgen oder übers wochenende gerne den stuff zum frankfurt spiel angucken also stream stream highlights nachbricht und so weiter und so fort und dann bis zum nächsten mal